ja hallo und herzlich willkommen zu let's play doom eternal in klammern das story deal ziel und das am 23.10.2020 ja den ersten part da haben wir halt jetzt dieses level ein bisschen gespielt und wir werden erstmal gucken was hier noch fehlt ich will mich hier alles holen wir haben nur ein gegenstand also müssen wir dahin alles klar ich hier richtig ja das weg mach das mal so dieses blöde auge ich verkack das schwung wieder das gibt es ja nicht aber komm durch seinen sieg über das icon auf sin hat der slayer die höllische invasion der erde aufgehalten aber der krieg ist noch nicht vorbei die dämonen haben oder unter ihrer kontrolle gebracht und wenn sich niemand darum kümmert könnte dies die realität selbst bedrohen der slayer ist unterwegs zu einer geheimen naturischen us einrichtung und sucht nach einer geheimnisvollen person aus seiner vergangenheit aha darum dieser level jetzt kapiere ich das auch erst erst mal diese ganzen dämonen oder das hier kann es ruhig rauskommen und das hier bisschen dämonen zu stören habe ich jetzt bock da du hier ich brauche ein bisschen mutter nur für mich denn ich will es ist echt schwer einfach weg mit dem oh zerstört ich mach noch mehr Munition tschüss da sind noch mehr Dämonen ja ich wollte schon sagen genau hier das ist genau das Ding das geht mir so auf den Sack ich nehme euch vor ihr scheiß Dämonen wo seid ihr? das ist aber teilweise echt schnell da hin ich mache es jetzt so ja endlich stört ich bräuchte mal Energie langsam dieses scheiß Audio Programm schon wieder einfach mal sichern hier von der Dämonen plan gerne zum Spaß haben beim Preis ich glaube ich muss erstmal Geschütze ausschalten so so kaputt oh fuck oh fuck 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 ich hoff hier rustung ja ein bisschen rustung werde ich schreck das gibt ja ja wir Das war's. Fuck. Das S-Level ist ja grauenhaft. Das S-Level ist echt grauenhaft. Was ist er? Ja. Das S-Level ist echt grauenhaft. Oh Mann. Oh, ey, die Stelle ist echt eklig. Die Stelle ist echt widerlich. Ich glaube wirklich, das sind die Geschütztürme, die echt richtig nervig sind. Aber komm. Ich will hier was schaffen heute mit dem Spiel, das wäre schon geschreckt. Ich sage, es wird brutaler und schneller und ekelhafter. Und das ist schon der eindeutige Beweis. Ja, komm. Ich brauche Munition. Das schaffe ich nicht. Alter, wie schnell. Wie schnell muss man denn da sein? What the fuck? Genau, wie schnell. Wie schnell. Es ist brutal. Also, das ist wirklich brutal. Das kann man nicht anders sagen. Da war ja das Hauptspiel echt besser. Das Zielziel ist geil, finde ich, auf eine Art. Aber mal gucken, wo das noch hinführt. So, kaputt. So, ich bin. So. So. Das war's. Schön zur Sehchen. Wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen... ...die hier. Ich glaub das ist die hier, die ist erst am besten. So, aufgeführt. Was ist denn hier? Das ist echt verdammt schwer. Ich nie gedacht, ey. Was das hier echt nach Abenos für da war. Das macht Bock. Nicht anders sagen, also schnell. Wir nehmen mal... ...die sind in Gang. Die sind kaputt. ...die sind in Gang. ...die sind in Gang. ...die sind in Gang. Auf policier. ...die sind in Gang. Kann man den Speed eigentlich nicht ausstellen, hätte ich es nämlich gerne, also es ist nur ein bisschen zu schnell. Ja, ich überlege, ob ich das nicht umstelle, das ist gut, wenn ich mir vorstellen, das finde ich okay. Und tschüss, auch vernichtet. Wie kommt denn da? Wie ist denn der Wahnsinn, wie viele hier kommen? Oh, normal. Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn der Wahnsinn? Ich kann das nicht mehr machen, ich kann das nicht mehr machen. Ich sehe ihn, wenn er es überhaupt genutzt. Ich weiß es gar nicht mehr. Schon ein bisschen her alles. Oh, was ist da? Oh, der ist kaputt. Oh, da oben. Das ist er, ich gerne. Sehr geil. Fuck you. Ich brauche Energie, Alter. Du hast geliefert. Fuck man. Das ist echt nicht easy. Alter, schade. So. Die jetzt. Ich schau mal über ab. Bevor er mich noch hat. Jawohl. Damit werden diese Kraftdinger zerstört. Da bin ich. Da bin ich. Ich bin da noch ein. Boah, das ist echt schwer. Aber cool. Komm, das schafft mal. Das schafft mal. So. Nehmen wir jetzt die hier. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist schon mal Geschichte. Es ist verdammt hart. Alter. Alter, ich gehe kaputt. Alter. Alter, ich bin kaputt. Alter, ich bin kaputt. Ich habe das mal grill. Das ist verdammt hart. Ich geh mitnehmen. Ich geh kaputt, ey. Alter, nicht schlecht. Krass, nicht schlecht, sag ich mal so. Was ist jetzt endlich? Kranker Scheiß. Ey, das ist hart. Das ist richtig hart. Was haben wir denn hier? Gut, nicht schlecht, ey.